Groß! Und er ist drin! Das Rezept klingt einfach und er lässt es auch so aussehen. Er nimmt Maß, zieht drauf und drin ist die Kugel. Und den hat er super getroffen und eigentlich müsste sich ja herumgesprochen haben, dass er aus dieser Entfernung brandgefährlich ist. Was für ein Schuss aus dieser Distanz, was für ein Tor! Was für ein Tor! Was für ein Tor! Was für ein Tor!